Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, die letzten drei Tage oder zwei Tage habe ich es ehrlich gesagt nicht geschafft Videos zu machen, war ein bisschen stressiger. Dafür gibt es heute ein kleines Update-Video. Bitcoin bei 68.000 US-Dollar, wir sind die letzten Tage ordentlich gepumpt. Letztes Update ging ich noch davon aus, okay, Zielzone so 66.000, aber da ging es dann ordentlich nach oben bis auf knapp 68.000 US-Dollar und jetzt dümpeln wir hier oben rum. Wie es jetzt weitergeht, ob wir möglicherweise sogar Richtung 70.000 US-Dollar gehen, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update nochmal ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, die Links dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung und wenn ihr das alles traden wollt, was wir hier besprechen, ob es jetzt Gold ist, DAX etc. pp, könnt ihr euch gerne mit dem Link unten bei BingX anmelden, das ist meine Partner-Exchange und ihr könnt momentan wieder hier ordentlich Boni abgreifen. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin bei 68.000 US-Dollar, wir gehen mal in den 4-Stunden-Timeframe, einfach um uns mal die letzten Tage ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich habe ja gesagt, okay, Ziel wäre hier oben eigentlich so die 66, 66, 5, dann war aber so eine God-Candle da am, wann war es, ich glaube am Dienstag, die dann so nach oben gebracht ist. Das hat das ganze Szenario jetzt erstmal hier abwegig gemacht mit der Korrektur. Zielmäßig war aber, habe ich eigentlich damit gerechnet, okay, wir gehen runter und dann erreichen wir hier oben die Zielzone um 68.000 US-Dollar, kam halt jetzt schon früher und jetzt wäre eigentlich so das nächste Ziel hier oben sogar die knapp 70.000 US-Dollar. Wir sehen hier oben sogar noch, wenn wir das mal ein bisschen weiter nach Rüben ziehen, dass wir hier auch noch eine Ineffizienz hier oben liegen haben, bis in den Bereich hier oben bei 70.600 US-Dollar. Wir haben in den letzten Tagen ordentlich bullisches Momentum reinbekommen, beziehungsweise ist es mir persönlich sogar ein bisschen zu bullisch, die ETFs haben natürlich ihren Teil dazu beigetragen, 2 Milliarden sind da glaube ich reingeflossen in den letzten Tagen. Also wirklich krass, was natürlich dann auch den Spot-Preis nach oben hin treibt. Man muss dazu sagen, ich bin trotzdem immer noch dafür, dass wir noch eine Korrektur sehen, mir ist das alles immer noch ein bisschen zu bullisch für potenziellen Bullrun, wir haben noch nicht die krassen Zinssenkungen etc. pp. gesehen, also da wäre ich noch immer etwas vorsichtig. Trotzdem, die Long-Position habe ich immer noch offen, ich erwarte hier aber noch auf eine Verdopplung. Das heißt, wir haben immer noch die Long-Position offen, ich kann hier oben immer noch mit einem kleinen Short-Entry reingehen und das ist auch momentan so mein Plan. Also ich gehe jetzt wirklich davon aus, dass wir uns sogar noch hier die Liquidität hier oben holen und dass wir dann hier oben einen kleinen Risky-Short reingehen können mit ungefähr Stop-Loss 71.200 US-Dollar. Ja, wir haben dann vielen Greed-Index, der jetzt mittlerweile auch schon wieder bei 73 ist, also auch sehr sehr hoch, deswegen gilt es hier wirklich momentan ein bisschen vorsichtig zu sein. Sollten wir hier oben aber die 70k sehen, haben wir auch wieder massive Divergenzen. Volumentechnisch, wenn wir uns das mal angucken, ist das Volumen jetzt auch relativ gleich bleiben bzw. sogar leicht wieder absenken, was für mich einfach weiterhin so dieses Szenario wahrscheinlicher macht. 70k oder vielleicht um die 70k und dann Korrektur und dann können wir gucken, wie wir oder ob wir überhaupt unsere Long-Position noch irgendwie verdoppeln. Aber ich bin hier ehrlich gesagt weiterhin eher auf einen Short-Trip, dass wir nach den 70k unsere Korrektur sehen. Was ein bisschen überraschender ist, ist die Bitcoin-Dominance, weil die auch wieder neue Höchststände hier erreicht hat, also nichts mit Altcoin-Season, lasst euch da nichts einreden. Denn es gibt immer mal wieder Altcoins, die natürlich 20-30% nach oben hin pumpen, aber ihr seht selber von Altcoin-Season, solange wir hier einfach immer wieder neue Höchststände brauchen, wenn wir nicht von Altcoin-Season reden, ganz im Gegenteil, das Geld fließt momentan in Bitcoin, da ist noch nichts. Da müssen wir wirklich darauf warten, dass wir eine längere Konsolidierung bei Bitcoin sehen bzw. irgendwie austoppen und dann die Altcoins mal nachziehen. Also es gibt Einstiege weiterhin bei Altcoins, ich werde auch wieder Altcoin-Videos machen jetzt die Tage, aber momentan würde ich einfach die Finger davon lassen. Einfach noch. Gehen wir mal rüber zu Ethereum, da hat sich nämlich auch ein bisschen zumindest was getan. Wir sind weiterhin hier in unserer Zielzone und ich hoffe ganz ehrlich, dass wir hier dann auch irgendwann langsam mal austoppen. Also ihr seht, es war eigentlich schon so, mein Short-Szenario ist eingetreten, aber auch hier diese beschissene Candle hier am Dienstag war einfach zu viel. Also mit diesem starken Pump- und Abverkauf, das ging zu schnell, in solche Candles sage ich euch immer wieder, nicht reinschorten, macht keinen Sinn. Für mich jetzt das nächste Ziel, wenn wir uns das mal ein bisschen, oder diese grüne Box hier noch ein bisschen höher ziehen, wäre dann hier wirklich dieser Wig hier bei 2720 US-Dollar bis hoch auf 2770. Also das ist jetzt die nächste Short-Area. Ich bleibe so ein bisschen, den Plan lasse ich mal so ein bisschen, weil ich immer noch davon ausgehe, 2200 US-Dollar sollten drin sein. Dann kurzfristig, wie gesagt, diesen Wig auf jeden Fall holen und hier oben haben wir auch noch einen, würde es gut passen, wenn wir dann eben diese Korrektur hier rein bekommen. Also auch hier bleibe ich noch ein bisschen auf Abstand, könnte sich aber dann entweder heute oder vielleicht die nächsten Tage dann auf jeden Fall etwas tun. Gehen wir rüber zu Gold. Gold läuft eigentlich perfekt, Long-Position läuft noch, Short-Position bin ich noch nicht drin, aber auch hier werde ich entweder heute, bleibt nur heute oder am Montag dann in die Position reingehen. Da warten wir aber noch ein bisschen ab. Also ich traue den ganzen Mist noch nicht, ich warte jetzt noch das US-Opening ab, da kann ich aber dann später nochmal in der Telegram-Gruppe ein bisschen was genauer dazu sagen. Aber hier unser Ziel 2720 US-Dollar, wo dieser Pivot R1 liegt, dieser Monats-Pivot, den avasiere ich ja schon seit knapp einer Woche, ja doch kommt hin, einer Woche oder über einer Woche. Da bleibe ich dabei für mögliches Short-Szenario und auch eine kleine Hedge-Position. Das heißt, wir haben unsere Gold-Position verdoppelt, Profite genommen, dann können wir hier oben auch locker easy eine Short-Position. Dann aufmachen. Gehen wir noch rüber zum DAX, da hat sich ehrlich gesagt sogar weniger getan als erhofft, nachdem wir hier unsere Hoch rausgenommen haben, haben wir jetzt auch mittlerweile die Divergenz. Aber auch hier warte ich ehrlich gesagt noch ein bisschen. Also US-Opening auf jeden Fall, Divergenz haben wir, Volumen sinkt. Es sieht eigentlich gar nicht mal so bullisch aus, muss man ehrlicherweise sagen. Also auch hier rechne ich dann eher damit, vielleicht hier die 19.6 dann als Short-Szenario reinzugehen und dann Stop-Loss hier oben auf 19.900 Punkte irgendwie reinzugehen. Also ihr seht, die letzten Tage, es ist schon relativ nach Plan gelaufen. Nur ist mir manchmal so, diese Moves sind mir ein bisschen zu beschissen. Deswegen kam jetzt auch die letzten zwei Tage nix. Also wie gesagt, einerseits Stress, aber andererseits auch so Setup-technisch tue ich mir da gerade noch ein bisschen schwer. Aber an sich bleibt so hier das Short-Szenario drin. Entweder heute oder spätestens am Montag werden wir hier auf jeden Fall auch nochmal eine kleine Short-Position eingehen. Dann ein bisschen was Negatives gibt es aber noch und wo haben wir es? Euro gegenüber US-Dollar muss ich jetzt sagen, ist unsere Position ausgestoppt worden. Also erste Trade seit langem mal wieder, der ausgestoppt wurde mit Stop-Loss. Warten wir mal ab. Also Divergenzen, Bullish haben wir hier weiterhin, aber der Trend ist eindeutig nach unten. Wir kriegen keine höheren Hochs rein. Also hier würde ich jetzt erst einmal darauf abwarten, dass wir dann sagen, okay, sollte hier eine Trendwende reinkommen, höheres Hoch, dann eine Bestätigung, Konsolidierung. Und dann können wir nochmal eine Long-Position irgendwie versuchen. Aber ansonsten Seitenlinie und mehr gibt es auch ehrlich gesagt gerade nicht zu besprechen. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Zuhören. Wir hören uns dann auf jeden Fall, denke ich mal, morgen wieder zu einem Update. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch morgen wieder höre oder sehe. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.